Ich bin Katharina und das TZ war für mich seit Kindesbeinen ein Thema. Schlussendlich wurde ich aber erst vor 10, 12, 14 Jahren zusammen mit meinem Mann hier im TZ mitgeleitet. Für uns war es die Chance, aus dem Familienalltag auszubrechen und etwas mehr Kultur zu geniessen. Es gibt viele verschiedene Vorteile von so einer Mitgliedschaft. Erstens kommen wir wirklich für wenig Geld, sehr viele verschiedene Vorstellungen geboten, wo man sich jedes Mal darauf freuen kann und immer erfüllt nach Hause gehen kann. Wir versuchen immer ein so breites Angebot zu machen, dass für jeden etwas dabei ist. Ob es eine Komödie ist, ob es ein Klassiker ist, ob es das literarisch hochstehende Stück ist, ob es ein neues zeitgenössisches Stück ist, das aktuelle Themen behandelt, ob das jetzt ein Kinderstück ist, ein Klassenzimmerstück. Schön finde ich es auch, wenn man jetzt einmal nicht an einem Vorstellungsabend für den Club gehen kann, dann hat man zwei Gutschei, die man in irgendeiner Gemeinde einlösen kann. Wir kommen sehr gerne auf die Einführung eines Stück. Das ist einfach noch einmal viel schöner zu hören, ein wenig einzuhören, wie ist jetzt eine Produktion entstanden oder warum hat man sie ausgelesen oder wo waren Schwierigkeiten? Verpassen Sie jetzt keine Vorstellungen und werden Sie Clubmitglied. Applaus